gegen 15 blut kann ich probieren aber wird nichts mehr hat einen moment 15 das kann was werden speichern na probieren was 15 lutz ein bisschen angst jetzt schon aber gut ich meine die runde wird sowieso nichts werden kann da wir spawnen hier damit kann ich arbeiten damit kann ich arbeiten damit kann ich damit kann ich nicht arbeiten damit kann ich nicht arbeiten doch ich muss schauen was ich so alles finde okay alles klar wo bin ich das ist so ein verwinkeltes ding auch nicht das mag ich jetzt schon nicht das heißt da hinten war noch mehr räume scheide ja okay das ist verdammt das ist verdammt das ding ist halt ich darf mich halt auch echt nicht verstecken weil wenn ich mich verstecke damit steht weil wenn dann eins oder zwei brutes irgendwo in der nähe sind dann kriegen die mich halt direkt wenn die mich irgendwo rausziehen das heißt ich muss radio toll subhead lights äh subhead lights sag ich schon sub batteries noch sind sie nicht rein gespawnt bei der aktuellen version da merkt man das noch wenn die rein spawnen ähm ich guck dir die daumen dass du es schaffst wahrscheinlich du drückst mir die daumen dankeschön aber gegen 15 bluts wird schwierig da war ein sponsor ein war ein sponsor ein dann kommt der leck des todes wahrscheinlich jetzt jetzt ist unsere eingespawnt da ist schon der erste jetzt machst du world record ich glaube es gibt wirklich noch keine statistiken für mehrere monster also keine ich sag mal offiziellen statistiken so es gibt ja es gab ja diesen einen youtuber der hat irgendwie gegen mehrere monster schon häufiger gespielt und ich muss kurz hier noch mal gucken hier waren noch mehr räume oder ja aber jetzt bin ich gleich tot ich muss gas ausmachen ansonsten schaffe ich das nicht ich muss gas ausmachen ansonsten schaffe ich das nicht ich muss hier die türen öffnen warum ist der blut immer noch hinter mir her irgendwas ist da glaube ich kaputt ja ich glaube das ist ein bisschen gewagt da ist natürlich keine tür auch danke noch ein radio schön da gehe ich glaube ich erstmal nicht hier entlang ja wie könnte ich denn hier entlang gehen bolzenschneider aber heli schaffe ich eh nicht gegen 15 brutes das heißt einzige fluchtmöglichkeit ist wirklich life raft oh gott oh gott alter ruckelt das soll ich in engine krumme nein ich geh mal hoch komm ich geh mal hoch also ich finde nur radios oh gott alter die framerate ich bräuchte nur die keys bolzenschneider deck 6 mit 15 brutes ist auf dem stream einigermaßen flüssig ja einigermaßen aber also ich spiele hier meistens mit wie viele frames sind es weiß ich nicht 15 20 glaube ich zumindest ähm bolzenschneider schaffe ich das oh gott das ruckelt ja 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 es sind halt 15 bluten oh gott ja oh gott rot so Nummer 2 das hatten wir schon ich fühle mich irgendwie nicht sicher die frage ist äh die frage ist von welchen seiten die 15 duels dann kommen da müssen wir pressies trick anwenden wenn ich es bis dahin überlebe dass der mich nicht gesehen hat ey okay ähm die objective achso hier war ich noch nicht hier war doch gerade eben hier okay also ich brauche äh äh keys oder welding kit engine drum ah leck das ist jetzt echt keine gute idee lane was ist das für eine challenge äh 15 brutes bitte welding 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 ich habe alles jetzt darf ich nur nicht mehr sterben alter scheiße warte mal haben die das oh gott flare gun kann ich gegen group benutzen alter oh gott die lag der lag oh gott oh gott oh gott jetzt musst du nicht mal sagen wenn ihr mein gesicht sehen könnte ja alter oh gott der lag die sind bestimmt gerade alle am rumleuchten oder sowas und deswegen lag das so alter schöne musik alter oh gott wenn ich jetzt gleich hier runter springe ich sterbe doch einfach nur daran dass es so lag ach so die monster spawnen immer auf der einen stelle links auf der einen stelle links sind das überhaupt 15 das sind doch keine 15 äh okay okay das sind doch keine 15 aber es fühlt sich an die 15 moment oh jetzt kommt die engine nicht hinterher moment ich muss ganz kurz mal meine finger werden gerade sowas von glitschig alter wäre es ein nettes was nette challenge mit fünf wiens können wir vielleicht heute vielleicht nicht mehr aber dann eventuell morgen nach dem fünf stunden stream oder dann übermorgen oder sowas alter okay also da haben wir schon mal zwei brutes beziehungsweise drei waren glaube ich aber das sind doch keine 15 oder warum habe ich 15 eingestellt ich muss kurz mal gucken wir gucken kurz mal in der bildschirmansicht mod settings 15 brutes und eingestellt 15 brutes und eingestellt so geht das wieder einigermaßen ja sollte wieder gehen okay also da haben wir glaube ich drei die engine konnte ich nicht mehr bin mir nicht sicher bin ich jetzt noch mal hochlaufen da sind zwei oder drei glaube ich ist ja auch schon zweimal hinterher gesprungen ja das passiert als selten da ist noch einer sehr schön das sind zwei da steht noch einer hallo do you have time to talk about the es kay boss that i'm trying my best now to go goto da kommt der die Das war gar nicht knapp oder sowas? Nein oder nein? Ich hab'n Feuerlöscher, ja. Daran denk' ich in dem Moment nicht. Alter. Oh Gott. Ah, hallo. Hallo Sanjay83. Alter. Mein Herz. Warte mal. Ich muss kurz was. Fuck, da kommen schon die ersten. Nee. Hier kann ich eh nicht entlang. Oh nein, da kommen sie alle. Da kommen sie alle. Ich muss jetzt. Ich muss jetzt. Bitte kommt nicht hier rein. Ja, es ist. Nein, scheiße, es sind Anfiel und Verschiedenes. Okay. Oh Gott. Also einer ist nach rechts gegangen. Ich glaub' die anderen wollen jetzt auch nach rechts. Wenn die jetzt alle da irgendwo rein wollen, dann kommen sie rein. Oh Gott. Oh nein, sie sind alle da. Hört auf. 50 Prozent. 50 Prozent. Komm schon. Nein, ich bin doch davor. Yay. Ich glaub' die wagen sich. Oh nein, 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 nein. Komm, komm, komm. 75 Prozent. Fuck und jetzt. Nein, 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 nein. Das schaffen die jetzt. Komm, komm, komm. Nein. Jetzt. Ich muss es wagen. Komm, 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 komm. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ready for launch. Jetzt will ich noch mal sehen. Das sind drei. Dahinten sind noch zwei. Da ist noch einer. Ich kann es nicht anders zeigen. Sorry, ich muss gehen. Ich muss gehen. Das sind zwei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bildschirmabnahme hier, Modsettings, die haben wir gerade, 15 Brutes Alter und die Ja.